Die Top 6 Produkte Abus Bordolite Ich bin sehr zufrieden mit dem Abus Faltschloss Bordolite 6000 SH mit Halterung für mein Fahrrad. Das Schloss besteht aus gehärtetem Stahl und bietet hohe Sicherheit mit einem Abus Sicherheitslevel von 10. Die klappbare Konstruktion ermöglicht es mir, das Schloss leicht zu verstauen und mitzunehmen. Der Halterung wird einfach am Rahmen befestigt und hält das Schloss sicher fest. Die Handhabung des Schlosses ist sehr einfach und funktioniert einwandfrei. Ich kann das Abus Faltschloss Bordolite 6000 SH jedem Fahrradfahrer empfehlen, der ein zuverlässiges und sicheres Schloss sucht. Ich habe das Abus Faltschloss Bordolite 6000 SH mit Halterung für mein Fahrrad gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es besteht aus gehärtetem Stahl und das Abus Sicherheitslevel 15 gibt mir ein gutes Gefühl der Sicherheit. Das Faltschloss ist leicht zu handhaben und durch die Halterung kann ich es einfach am Fahrrad befestigen. Mit 110 cm ist es auch lang genug, um mein Fahrrad an Bäumen oder Laternenpfählen anzuschließen. Das schwarze Design macht es sehr unauffällig und wird nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem Fahrradfahrer empfehlen würde. Ich habe das Abus Faltschloss Bordolite 6055 SH mit Halterung und Zahlencode gekauft und ich bin wahnsinnig beeindruckt von der Qualität und Leistung dieses Produkts. Das Zahlenschloss ist leicht und super einfach zu handhaben. Die Spezialstahlkette ist extrem robust und hält mein Fahrrad sicher geschützt. Das Faltschloss ist sehr handlich und lässt sich perfekt verstellen. Das Abus Sicherheitslevel 7 gibt mir das Vertrauen, dass mein Fahrrad immer sicher ist. Die Halterung ist auch sehr gut und hält das Faltschloss am Fahrrad. Ich kann dieses Produkt wärmstens empfehlen. Ich bin absolut begeistert von dem Abus Faltschloss Bordolite Mini 6055-60. Es ist unglaublich leicht und einfach zu transportieren, aber es bietet dennoch eine sehr sichere Verriegelung. Ich habe es auf meinen täglichen Fahrradtouren benutzt und es hat mich nie im Stich gelassen. Das Faltschloss aus Spezialstahl ist sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Diebstahlversuchen. Es ist auch sehr einfach zu bedienen und einzuasten. Alles in allem ist dies das perfekte Fahrradschloss und ich würde es jedem Radfahrer empfehlen, der auf der Suche nach einem sicheren und leichten Schloss ist. Ich habe mir das Abus Faltschloss Bordolite 6055 KSH mit Halterung für mein Fahrrad gekauft und bin absolut begeistert. Das Schloss ist extrem leicht und lässt sich dank des Faltsystems super kompakt verstauen. Der Spezialstahl sorgt für eine hohe Sicherheit, was auch das Abus Sicherheitslevel 7 bestätigt. Die mitgelieferte Halterung ermöglicht eine einfache Befestigung am Rahmen meines Fahrrads. Ich kann das Abus Faltschloss Bordolite 6055 KSH nur empfehlen, besonders für alle, die ein leichtes und sicheres Schloss suchen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Abus Faltschloss Bordolite 6055 KSH. Es ist super leicht und lässt sich einfach zusammenklappen und verstauen. Besonders toll finde ich die SA-Halterung, mit der ich das Schloss ganz einfach an meinem Rennrad befestigen kann. Das gibt mir ein sicheres Gefühl, wenn ich mein Rad mal kurz abstellen muss. Den Abus Sicherheitslevel 7 finde ich auch sehr beruhigend. Ich kann das Faltschloss definitiv allen Radsportbegeisterten empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.